... sind Lagerfister, die 13 für Südmann und die 14 für Stila Bittis. Der Trainer unserer Gäste ist der Karl Seyfeld und der Spieler der Gäste ist der Seyfeld. Und die Gäste, der Bivorhausen. Das war richtig. Das war richtig. Auf geht's. Jetzt kommen die Damen und Herren für den Platz zu Schönen mit der Zeit. Arne! So, dann noch uns in die März einmal vier rechten wir uns an der Stadt, und wir leisten uns Bürger und unsere Schuhpfängerinnen und Schuhpfängerinnen und Auslöser. Die heutigen Schuhpfängerinnen und Schuhpfängerinnen und Schuhpfängerinnen sind. sehr prassend an, als auch von Australien und der Asmao und seit primärs, stark nach der Asmao. Und dann geht's los, die weiße Serie hier und die nächste Woche. Endlich, Papa! Herz auf! Das war's. 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 Das war's.